Na, Watson, wie steht es in der Welt? Scott, dieser Teufelskerl, haben Sie es schon gesehen? Er hat es zum Südvolk geschafft. Unglaublich. Dr. Watson, das ist doch Schnee von gestern. Wie? Aber gut, dass Sie das erwähnen. Ich habe da extra... Verscholen Sie mich, ich kann es mir vorstellen. Hey, hey, alle mal aufgepasst! Jetzt! Leute! Homs? 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 Ja, schauen Sie nur. Schnee von gestern, frisch getaut. Verstehen Sie, vom Südpol. Und passen Sie mal auf. Äh, Watson? Was machen Sie denn da? Wollen Sie testen, ob diese Meldung über Scott wasserdicht ist? Oder... Ja, 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 ist sie. Habe ich schon überprüft. Warten Sie es ab. Sie werden staunen. Und? Was sagen Sie nun? Unglaublich. Protzen. Da fehlen Ihnen die Worte, was? Aber, passen Sie auf, es kommt noch besser. Wasser zu Wein. Dagen Sie mal, äh... Da müsste es doch bei mir klingeln irgendwie. Ähm... Ja, und nun? Naja, nun, ich dachte, wenn wir... Genial, Watson, Schnee von gestern. Das muss man Ihnen lassen. Frisch ans Werk. Sehr gut, Watson. Ja, gerne doch. Aber... Ob das reicht? Ja, ja, ja. Ich die Kla вашverlässerin. Ich mache dich. Bevor ich cornflatze. Ich mache mich nach Abonniert. Er año, bis ich bin ich. Ich mache mich.